Herzlich Willkommen, die NBA Regular Season nähert sich dem Ende. Es sind nicht mal mehr zehn Spiele für die meisten Teams zu spielen. Und der Kampf um die Spitze in Bayern-Conferences ist noch offen. Der Kampf um die Homecourt-Adventures ist noch offen. Und ja, auch wenn die Playoffs kommt. Wir schauen uns heute die Spiele an, unter anderem das Topspiel hier mit den Bucks gegen die Nets. Heute um 21.30 Uhr. Danke fürs Einschalten und bis in gleich. So, und bevor wir uns nämlich jetzt dem Spitzenspiel nähern, gehen wir doch einmal kurz hier die Tabelle aus, durch im Osten und im Westen. Jetzt haben wir es auch hier. Es ist knapp Brooklyn Nets, Erster derzeit mit einem halben Spielvorsprung. Ja, die 76ers mit einem Spiel weniger. Hier, beide Teams haben 64 Spiele gespielt. Nach 72 Spielen ist die Saison vorbei. Und wir sehen, Platz 10 berechtigt ja noch für das Play-In-Tournament in die Playoffs. Die Wizards hier mit einem komfortablen Drei-Spiele-Vorsprung gegenüber den Chicago Bulls, die sich ja zur Deadline noch mit Vucevic verstärkt haben. Aber es hat trotzdem nicht sein, zumindest Stand jetzt mit den Playoffs. Und auch die Raptors, die ja die ganze Saison auswärts gespielt haben, mit Heimspielen in Tampa Bay jetzt eigentlich schon mit drei Niederlagen am Stück ebenso so gut wie draußen im Rennen. Also ich glaube nicht, dass da sich nochmal was tut im Osten. Aber auch im Westen sieht es hier hinten nicht viel besser aus für die Teams, die gerade draußen sind. Die Pelicans drei Spiele hinter den Spurs, die zwei in Folge verloren haben, während New Orleans zwei gewonnen hat. Kings mit nochmal zweieinhalb Spielen dahinter. Also normalerweise machen es auch diese zehn Teams unter sich aus, wer in die Playoffs kommt. Ich habe hier noch jetzt eine andere Statistik mitgebracht, um nochmal den, also was ist Statistik, nochmal eine andere Tabelle mitgebracht, um nochmal hier zu zeigen, wie es in den Tabellen aussieht. Jazz nur in einem halben Spiel vor den Suns. Das gleiche Spiel sehen wir im Osten. Und dann hier Platz drei bis sieben, knapper und am knäppesten. Denn hier spielt ja letztendlich der Dritte gegen den Sechsten, beziehungsweise der Vierte gegen den Fünften und Clippers und Nuggets im Prinzip gleich auf. Aber auch hier um Platz fünf bis sieben Dallas, Lakers und Blazers gleich auf. Wobei Dallas jetzt mit drei Siegen in Folge, genauso wie Portland drei Siege in Folge, so ein kleines Momentum hat. In den Osten ist Platz eins und zwei, wie gesagt, noch auszuspielen. Die Bucks mit Minimalchancen. Ich glaube nicht, dass sich da noch was tun wird. Aber dann auf Platz vier bis sieben trennt im Prinzip nur die Niederlagen. Also Knicks, Hawks 35 Siege, Celtics 34. Jetzt auch kürzlich erst mit einem Wahnsinnsspiel gegen die Spurs. Das Overtime-Sieg, 60 Punkte, Jason Tatum und auch die Heat sind noch im Rennen dabei. Also, es ist super spannend. Und dieses Spiel könnte maßgeblich entscheiden, ob die Nets die Spitzenposition behalten oder nicht. Wir haben auf den Injury Report seitens der Nets natürlich den Ausfall von James Harden. Ich glaube nicht, dass wir ihn in den Regular Season nochmal sehen werden. Und bei den Bucks ist Antetokounmpo eine Game-Time-Tesition. Dementsprechend könnte man sagen, die Quote auf Nets hat Value, falls Antetokounmpo nicht wirklich aufläuft. Aber wer den kennt, der weiß, dass er bei solchen Spielen nicht geschont werden möchte. Wir haben hier zwei super knappe Spiele schon gehabt, beziehungsweise eins in dieser Saison. Dann muss ich nochmal kurz rechnen, 4. August, das war aber auch dann letztes Jahr. 19. Januar 125 zu 123 ging das Spiel für die Nets aus. Die Quoten jetzt, weil Milwaukee halt auch daheim spielt, natürlich besser für Milwaukee. Und schauen wir mal, was es hier bei den Lions gibt. Ist natürlich sehr, sehr ausgeglichen. Ich persönlich habe es halt weiterhin so... Ich möchte nicht, dass Brooklyn Erster wird. Ich möchte es einfach nicht. Und deshalb hoffe ich auf einen Sieg von Milwaukee und werde da heute auch safe am Fernseher mitfiebern. Und minus 2, so die Line. Aber ehrlich gesagt, wer auf Milwaukee geht, dem reicht die einfache Line. Und das gibt ja schon eine sehr gute Quote. Over-Under ist natürlich auch verrückt. Da musst du eigentlich Under gehen. Under 240 Punkte. Also das ist schon... Entschuldigung. Echt krank. Wer hier nicht... Nee, das... Also das ist safe and under. Egal, was passiert. Du gehst nicht bei so einem Spiel, zwei Spitzenmannschaften, die beide gewinnen wollen, bei denen vielleicht der Antetokounmpo ausfällt, vielleicht das auch nochmal das Scoring verschlechtern könnte. Da gehst du ganz klar auf einen Under 240, beziehungsweise Under 244 für die Official Line. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die beide da Vollgas geben. Und mei, wenn du hier die letzten Spiele anschaust, Milwaukee, hier 137, 143, 1009, 200 natürlich. Also, ja, da nehmen wir auf jeden Fall safe das Under mit und den reinen Sieg auf die Bucks für die Quote von 1,8. Weiter geht's mit den Boston Celtics gegen die Portland Trailblazers. Beide Teams sind in den Positionskämpfen. In den letzten Sonntagsspielen hat uns Boston in der Regel immer enttäuscht. Die beiden Teams haben schon einmal aufeinander getroffen. Auch hier gab es nur einen sehr, sehr knappen Sieg, jetzt in dem Fall für die Celtics, die jetzt zwei Spiele gegen andere, ich sag mal, Playoff-Contender gewonnen haben. Die Blazers hatten da schon schwierigere Gegner mit den Nets, Grizzlies, Pacers auch ein bisschen. Also, es sind drei wichtige Siege. Und hier, wir erinnern uns vielleicht noch, letzte Woche war das katastrophale Spiel von den Hornets, beziehungsweise von den Celtics gegen die Hornets. Also, bin bei Boston weiterhin nicht so richtig überzeugt, was man darauf wetten sollte. In dem Fall würde ich, weil Damon Lillard spielt, eher auf Blazers plus Handicap gehen. Da kriegen wir auch nur zwei oder drei für eine gute Quote. Könnte ein enges Spiel werden. Aber Boston eigentlich derzeit nicht tippbar. Wo die Blazers mitspielen, ist auch immer die Punkte-Line hoch. Wir haben hier Under-232 für eine gute Quote, würde ich auch einfach mitnehmen hier das unter. Bei den Hornets gegen Heat haben wir mitbekommen, die Heat mit Positionsspiel, die Hornets mit Verletzungen, aber auch mit einigen guten Spielen und Siegen. Am 27. März, da waren sie noch, glaube ich, im Vollbesitz ihrer Kräfte den direkten Vergleich gewonnen gegen die Heat. Denn das erste Spiel haben sie auch schon gewonnen. Das bedeutet, wenn beide Teams am Ende der Saison gleich auf sein sollten, dann sieht das besser für Charlotte aus. Aber, wir haben es auch bei der Quote gesehen, die Heat sind absoluter Favorit, haben jetzt gegen die Cavs, Spurs gewonnen. Und davor eine Niederlage und ein Sieg gegen die Bulls. Pistons haben gegen die Hornets verloren. Da schauen wir uns später auch mal Injury Report an. Ganz Detroit sitzt eigentlich auf der verletzten Liste. Also das muss eigentlich jedes Team derzeit gewinnen. Und ja, was machen wir hier? Wir schauen uns auch mal die Quote auf die Heat an. Die Miami Heat mit minus 4, minus 4,5, definitiv anspielbar. Muss natürlich jeder selber entscheiden. Aber ich glaube, die haben noch die Chancen, unter die Top 6 zu kommen. Was ja bedeutet, dass du nicht bei dem In-Game, Play-In-Tournament dabei sein musst. Deshalb Sieg, Heat. Bei den Mavs gegen die Kings sind eigentlich die Vorzeichen klar. Dallas mit 3 Siegen in Folge. Dennis mit der Möglichkeit auf Platz 5. Dallas ist das viel besser besetzte Team. Aber die Kings sind sowas wie der Angstgegner. Dallas verliert ganz gerne. So auch in dieser Saison. Bisher beide Spiele verloren. Beide sogar relativ deutlich. Mit 7, beziehungsweise 14 Punkten. Und bei Dallas wird Paul Zingas wahrscheinlich noch weiter ausfallen. Dafür Luka Doncic mit einem Wahnsinnsspiel. Jetzt erst heute Nacht, also gestern quasi, 125 zu 124 gegen ein gutes Wizards Team gewonnen. Doncic mit einem kranken Triple-Double mit 20 Assists. Jetzt ist die Frage, in den letzten Back-to-Back hatte teilweise ausgesetzt. Teilweise nicht zu viel oder nicht zu gut gespielt. Aber Dallas muss dieses Spiel gewinnen. Sacramento mit nur noch ganz, ganz geringen Chancen auf die Playoffs-Plätze. Nichtsdestotrotz, wenn wir hier die Quotenverteilung sehen, müssen wir respektieren, dass die Kings Angstgegner von Dallas sind. Und spielen würde ich hier eher eine Plus-7 auf die Kings mit der Hoffnung, dass Dallas das Spiel trotzdem gewinnt. Auch kurz davor Tim Hardaway Jr. mit einem 40-Punkte-Spiel. Also ich hoffe, dass zu dem Playoff hin Dallas noch auf Platz 5 vorstoßen kann oder auf Platz 6 bleibt. Die spannende Frage ist ja, wo kommen die Clippers, wo platzieren sich die Clippers am Ende der Regular Season? Denn die sind für mich weiterhin das Team-to-Beat. Egal, ob Jazz Erster sind, egal, ob die Suns Erster werden. Das sind nicht Playoff-Havoriten. Das sind Teams, die das erste Mal in diese Situation kommen. Utah war in den letzten Playoffs immer Außenseiter in der ersten Runde. Sie waren auch, ja, wenn sie dann, sind gegen die Rockets, haben sich ja öfter mal durchsetzen können, letztes Jahr gegen die Nuggets gescheitert. Also sie sind ein gutes Team mit Playoff-Erfahrung, aber sie waren noch nie dabei in den Erster. Das heißt, wenn man gegen den dann im Semifinal spielen würde, dann glaube ich, ist das eine 50-50-Geschichte. Das gleiche bei den Suns, die hat noch gar keine Playoff-Erfahrung. Ich glaube, Dervin Booker ist noch gar nicht in die Playoffs gekommen. Jetzt mit Chris Paul ist das natürlich ein starkes Guard-Duo, das auch für Furore sorgen könnte. Aber aus Sicht der Lakers, aus Sicht der Mavericks, aus Sicht der Blazers, da möchte ich lieber nicht gegen die Clippers, sondern eben gegen Suns, Jazz oder die geschwächten Nuggets, die da jetzt der Dritte sind, spielen. Da ist ja Jamal Maumee leider mit einer Verletzung draus. Ein anderes Team, für das es auch noch überhaupt in die Playoffs geht, sind die Spurs, die jetzt gegen die 76ers ran dürfen. Beide Teams zuletzt mit drei Siegen aus fünf Spielen, wobei San Antonio hier sehr, sehr viel Pech hatte im Overtime-Loss gegen die Celtics. Jetzt spielen wir gegen zwei Top-Mannschaften. Wir haben es davor gesehen, sie haben nur drei Siege Vorsprung gegenüber den Pelicans. Also sie sollten eins dieser zwei gewinnen, damit sie zumindest noch weiter den Abstand für die letzten fünf, sechs Spiele haben. Spurs sind der erste Gegner in diesem Doubleheader-Back-to-Back-Spiel. Ist ja nicht so gut, wenn du Embiid im Team hast und mit Simmons auch weiterhin ein kranker Spieler. Also das ist ein Must-Win, wenn Philadelphia noch Erster werden möchte. Die Quoten gefährlich, da würde ich auch eher tendieren auf plus, da haben wir es, hier plus sechs, plus sieben auf die Spurs. Denn es ist ein gutes Team, nichtsdestotrotz sind die 76ers Favorit, aber ich erwarte hier auch eine enge Kiste und hoffe, dass Philadelphia gewinnt, Milwaukee auch, denn dann wären die 76ers wieder vor den Nets. Lakers gegen Raptors. Eins aus fünf haben diese beiden Teams geholt. Ein Sieg aus, oder zwei Siege aus zehn Spielen sozusagen. Die beiden Meister der letzten beiden Jahre. Für die Raptors wird es nichts mehr mit den Playoffs. Sieht zumindest sehr, sehr schlecht aus und für die Lakers wird es knapp, ob sie noch Platz fünf oder sechs halten können. Ich habe mal hier einen Injury-Report mitgebracht von CBS Sports. Wo sind die L.A. Lakers? Wahrscheinlich unter L wie Los Angeles. Also wir sehen hier, Game-Time-Decisions. LeBron James, Dennis Schröder, Alex Caruso. Relativ egal, in Anführungsstrichen, ist schon gut, aber ohne den können sie auch gewinnen. Kuzma, von der Bank wichtig. Caldwell Pope spielt eine starke Saison. Gasol, relativ egal. Davis, Game-Time-Decision. Also das ist schon, ja, könnte eine kuriose Lakers-Truppe auflaufen. Und bei Toronto glaubt man noch, dass Kyle Lowry und Gary Trent Jr. eventuell ausfallen werden. Und das sind ja dann auch gleich mal, keine Ahnung, 30, 25 Punkte, die dir mindestens fehlen. Es ist also eine schwierige Sache, hier zu tippen mit so vielen Ausfällen. Nein, die Raptors plus 8 könnte Mega-Value haben, wenn dann rauskommt, dass James und Davis vielleicht beide dann nicht auflaufen werden. Aber so richtig glaube ich daran nicht. Ich glaube, dass die jetzt auch wissen, was die Stunde geschlagen haben und dass die heute spielen werden. Dann selbst wenn sie nur 50 Prozent ihrer normalen Zeit hier auflaufen, sollte das für einen Sieg gegen die Raptors reichen. Dann kann hier minus 5 schon interessant sein. Alles, was drüber ist, minus 7, minus 8, minus 9, wäre mir zu riskant. Bei den Houston Rockets, auch hier würde ich mal im Spiel gegen die Knicks davon ausgehen, dass das Safe die New York Knicks gewinnen, die ja 9 von 10 der letzten Spiele gewonnen haben. Minus 9, minus 10 ist natürlich sehr, sehr großer Abstand. Schauen wir uns mal die Over-Under auch an. Die sind bei dem Spiel deutlich niedriger als bei denen, die wir vorher gesehen haben. Da könnte man spekulieren, dass trotzdem vielleicht wenig Defense gespielt hat. Ich zeige euch aber trotzdem mal auch hier den Injury Report von Houston. Das ist ja ähnlich wie bei Detroit beispielsweise. Ich glaube, die freuen sich jetzt über jede einzelne Niederlage, denn das hilft ja dann vielleicht auch mehr bei den Playoff-Odds zumindest. Bradley, House Jr., Sterling Brown, DJ Augustin, John Wall, Eric Gordon, Dante Exum und gut, Mwaba kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Das ist schon ein halbwegs gutes Team, muss man sagen, was da bei Houston ausfällt. Und deshalb sollte es ein leichtes sein für New York, das zu gewinnen, die ja so stark und so diszipliniert spielen und nur auf Mitchell Robinson verzichten müssen. Das bedeutet, man kann New York eigentlich perfekt in Kombis mit einbauen. Man könnte, und vielleicht ein bisschen, wer zur Sorge hat, dass sie nicht mit 10 Punkten Abstand gewinnen, man könnte sich überlegen, für eine kleinere Kombi minus 4, minus 5 mit aufzunehmen. Aber das würde ich auf jeden Fall machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier die Kollegen aus Houston nur den Hauch einer Chance haben. Und das Gleiche auch beim Spiel der Suns gegen die Thunder. Hier wird es kein anderes Ergebnis geben als Sieg Suns. Deshalb ist die Quote von 1,07 oder 08 jetzt gerade geswitcht, relativ unspielbar. In der NBA eine minus 15 würde ich auch nie spielen. Deshalb hier eher plus 15, vor allem da haben wir noch Heimspiel. Hat definitiv die höhere Wahrscheinlichkeit durchzukommen. Und damit kommen wir durch, oder sind wir durch mit den heutigen Spielen. Hier, was ich am Anfang gesagt habe, auch nochmal der Injuring-Port. Finde ich nämlich krass, wie viele Leute auch bei Detroit ausfallen. Alle Teams eigentlich mit momentan sehr, sehr vielen Blessuren oder im absoluten Tanking-Modus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Das war jetzt das letzte NBA Regular Season Video. Wir sehen uns danach, wenn die Play-Offs bzw. die Play-In-Tournaments beginnen. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne NBA-Zeit. Danke fürs Einschalten. Danke für die ganze Saison, für eure lieben Daumen hoch, Kommentare. Und dann sehen wir uns zu den Play-Offs. Bis dahin. Hotspedia The Sportsbetting Community